Die Baustelle des künftigen Hauptstadtflughafens im Umfeld des Airport Schönefeld ist eine der größten Baumaßnahmen in Deutschland. Ob man sich für Luftverkehr oder Bauen interessiert, hier wird Interessierten viel geboten. Markantes Zeichen, der neue Tower für die Flugsicherung. Doch dieser Turm ist für die Besucher noch interessanter. Vom 32 Meter hohen Turm hat man einen tollen Ausblick auf die Flughafenbaustelle. Zusätzliche Informationen zum entstehenden Flughafen für die Hauptstadtregion gibt es in einem Pavillon am Fuße des Turms. Unter dem Motto, wir bauen, sie schauen, gilt es die Baustelle hautnah zu erleben. Um das Baugeschehen aus nächster Nähe verfolgen zu können, bieten die Berliner Flughäfen geführte Touren mit dem Bus direkt über die Baustelle an. Um das Ausmaß dieser Großbaustelle zu verstehen, wird gerne der Vergleich mit 2000 aneinandergereihten Fußballfeldern genannt. Zur Zeit arbeiten hier täglich etwa 2000 Menschen. Täglich verändern sich Situationen. Wo gestern noch ein Gerippe stand, ist am nächsten Tag schon eine verglaste Fassade zu sehen. An Besuchertagen und zu besonderen Anlässen gab es rund um den Infotower publikumswirksame Veranstaltungen, bei denen darauf geachtet wurde, dass auch die Kleinsten nicht zu kurz kamen. Der BBI Infotower ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und kann ohne Anmeldung besichtigt werden. Der Eintritt kostet zwei, ermäßigt einen Euro. Baustellentouren, die rund zwei Stunden dauern, können unter 030 60 91 12 50 gebucht werden. Der Preis hierfür 10 Euro.